Das ist hier kein Rennen, das ist ein Sprint. Und damit herzlich willkommen zu Age of Empires 4, meine Damen und Herren. Kann das der Videotitel sein? Ja, das ist kein Rennen, das ist ein Sprint. Das ist das dümmste Zitat, was ich seit langem so random gehört habe. Vor allem, das war ja ungeplant. Das war einfach nur, was gerade im Kopf vorgeht. Ihr kennt den Spaß. Erster. Ob ist kein Sprint. Ihr kennt den Spaß. Sterzung und ich spielen Strategiespiele und tasten uns an die schwierigste KI ran. Wir haben das in Spellforce viel gemacht. Da gab es sogar eine Koop, wo die extra eine Ultra-Shitty-KI, also nicht Shitty, sondern Shitty, die hat gescheedet. CH, ne? Genau. Und... Oh Gott. Geht los. Geht los. Marco, Micro-Management. Ähm... Was wollte ich sagen? Ja, das haben wir auch in Spellforce schon gemacht, ne? Genau. Und auch in Schlacht und Mittel-Erde mit etwaigen Mods. So, Leute, ähm... Wir mussten einmal neu starten. Spiel-Skill-Crash bei Sterzig. Jo. Also, ich würde euch Age of Empire S4 nicht empfehlen, wenn das Spiel crasht. Das geht einfach nicht. Also, so kann ich auch nicht spielen, muss ich sagen. Ach, jetzt sind wir unten. Ja, wir sind... Wahrscheinlich sind dann die Gegner rechts oben. Ja. Ja. Okay. Aber... Genau. Also, wir spielen gegen schwierige KI. Ihr kennt den Bums von, ähm... Uns beiden. Bedeutet... Bedeutet, wir haben ja häufiger in Strategie spielen gegen schwere, extrem schwere, sehr schwere, super krasse, sheetende KI gespielt. Äh, haben wir Bock drauf? Ja, ist geil. Ähm... Und... Wir wollen uns jetzt in Age of Empire S4 da rantasten. Bedeutet, wir fangen jetzt heute einfach mal ganz entspannt an. Äh, gucken uns die schwere KI an. Es gibt dann noch die sehr schwere, schwere. Und gegebenenfalls, falls wir die auch schaffen, dann würden wir wahrscheinlich so weitermachen, dass wir... Ähm... ...dass wir quasi, äh, dann, keine Ahnung, drei sehr schwere probieren oder so, weißt du? Je nachdem. Das Ding ist für mich, ich hab zum Beispiel Age of Empire S2 gar nicht gegrindet oder so. Halt nur ab und zu gespielt. Ich muss mich auch noch komplett reinfinden. Genau. Aber das kriegen wir ja hin, dafür ist er da, ne? Richtig. Und wichtig. So. Okay. Das läuft. Ähm... Machen wir, ne? Woodline immer in der Backline, Digga. Ja. Perfekt, genau so hab ich's. Super. Boah, das ist aber ein saftiges Schaf hier, Mensch. Okay. Machen wir ein bisschen weiter, gucken uns das hier an. Also irgendwie, es gibt hier super viel Hügel, man sieht auch schon, hier ist ein richtiges Gebirge. Generell die, so die Maps, das ist schon ein ganz anderes Ding, ne? Ja, true. In Age of Empire S4 mit diesem Höhenunterschieden und so. Ich mein, gibt's in Age of Empire S2 auch, so ist es nicht. Oh, da oben sind richtig viele Schmacko-Reliquien. Ja, ich bin auch schon an einem vorbeigelaufen gerade. So, ja, das sind ja diese... Für mich sehen die aus wie so Schachfigur, so Bauern. Ja, so ein bisschen. So, und genug Gold. Zack. Jetzt gehen wir Richtung Gegner. Und gucken mal. Ich glaube, hier müssen wir durch. Okay, ich versuche einen Bogen-Rush. Ja, diesmal schon. Diesmal schon, ja. Gönn. Äh, so. Arzahlle. Und sobald es geht, mache ich hier den nächsten Dorfwohner. So, wir brauchen jetzt viel Holz und viel Nahrung. Jo, true. So, ich gebe die Schafe einmal ab und dann erkunden wir mal den Gegner. Kannst du den Gegner auch schon mal ein bisschen erkunden? Ja, ich renne gleich rein. Das wäre ganz gut. So, dann wird das hier Nummer 2. Und ihr macht danach einfach den. Alter, wenn die den Schafen auf den Kopf hauen, dieses Klong-Geräusch. Jo. Vor allem diese, das sind so fette Kolben, ne? Ja, ja, die hauen dann einfach so. Auf die Fresse hauen, Alter. Und dann ganz leise nur so. Ist einfach wunderbar, das Spiel, Leute. Ist toll. So, hier hinten wäre ein Marktplatz, okay. Sind neutrale Marktplätze eigentlich ineffizienter als, ich sag mal, unsere? Keine Ahnung. Ja, ich halt auch nicht, ne? Ich glaube, ich brauche mehr Holz. Aber ich mache mal einen auf Gold. So, jetzt wird hier mal erkundet. Ich glaube tatsächlich, wenn ich da einen mehr hinschicke, ist es besser. Hier sind jetzt nur drei Dudes. Wie kann ich ihm die Einer-Gruppe wegnehmen? Ist zu anstrengend. Naja, müssen die wissen. Ja, eben. Ist auch noch eine Reliquie. So, hier ist der Gegner. Oh ja, der Feind. Der Mongole. Jo, hier bauen die gerade Holz ab. Das ist das Dorfzentrum. Und Gold ist hier auch. Oh, lol. Das ist offen wie ein Schorrentor. Ehre in den Arsch. Okay, und was hier? Oh. Häuschen bauen. Dann geht's hier weiter. So. Und die Schachradzelle jetzt mal fertig. Ich rasse aus, ey. Ich rasse aus. Okay, erst gleich auch. Die Aachener Kapelle, Digga. Die sind direkt nebeneinander. Okay, soll ich noch reinrennen oder kann ich die Schafe zu Hause abgeben? Kann ich die Schafe abgeben. Alles gut. Ich bin hier fertig. Ich bin durch. Ähm. Backline ein bisschen erforschen. Cool. So. Gold. Und Schmiede. Wär gut. Brauchen wir noch Holz. Ja, wir brauchen Holz, Holz, Holz. Ja, Holz. Einfach Poggers. Also, ich pressure jetzt hier oben, ja? Gön. Äh. Und wahrscheinlich wäre hier ein Tor. Wie machst du das? Indem du einfach Bogenschützen hinballerst? Ich schick da einfach Bogenschützen und kill seine Dorfbewohner. Das ist echt einfach tiefen Börse. Beziehungsweise, wenn ich einfach nur erreiche, dass, äh, dass er abbricht, seine Arbeit, dann reicht mir das schon. Das reicht ja schon, ne? Jetzt kämpfen die hier. Sind die dumm? Oh, plötzlich kommen die mit kleinen Schwertern auf dich zu. Leute, es ist best case. Die K.I. ist ja übel dumm. Ich habe schon drei gekillt. Imagine einfach drei Dorfbewohner weggemacht. Ja, geil. Komm, den kriegen wir noch. Ne, okay. Okay. Äh, machen wir noch einen Hop? Ne, wir machen jetzt... Ich brauche halt... Ich brauche halt, äh, Holz, Wood. Ähm... Ja, das ist wichtig. Ja, ja, ja. Wollen wir mal da oben eine Wood-Line? Ja, komm. Zack. Auch tot. Okay. Scheiße. Äh, die sind gut. Okay. Okay. Gut. Gut. Jutti, jutti, jutti. So, ich brauche jetzt hier... Äh, eigentlich... Vielleicht mal einen Stall... Ne, was... Eigentlich brauche ich eine normale Kaserne gegen die Reiter. Äh, okay. Aber ich brauche vor allem Holz. So, jetzt... Holz... Ist richtig, wichtig. Richtig, richtig. Ne? So, kommen die jetzt hier wieder hin? Das wäre doch auch ganz geil. Hier nur der. Zack, tot. Lack Schub. Oh, der ist fast gestorben, du. Oh, jetzt kommen hier Soldaten. Aachener Soldaten. Oh, ja. Aber Pfeilhagel. Ja, die sind aber leider sehr gut gegen meine. Ja, ich glaube, der muss ein bisschen zurück. Oh, Gott. Ich habe ein Problem. Hast du? Ja, leider machen die hier richtig Druck. So, ein paar... Bringt das jetzt noch, wenn ich hier Stäbe mache? Nö. Die gehen einfach durch. Scheiße. Ah, es ist... Sag ich ja! Ach, kacke. Scheiße, scheiße, scheiße. Bau schneller, bau schneller, bau schneller. So. Okay. Scheiße. Na gut. Muss ich durch, ne? Ja, eben. Bringt ja nichts, ne? Sag ich immer. So. Aber ich habe ihn gut delayed, glaube ich. Das ist wichtig. Dein Commentary. Man merkt richtig, wie konzentriert du bist. Warum? Ja, immer so, Hauptsache, irgendwas antworten. Ja. Ja, ja, das ist ja auch wichtig. Ich sage dir, wie es ist. Du, Pressure hier, man... Ich kann nicht, weil du jetzt hier... Ich kann nicht, weil du deine Eko, oder... Ja, ja, ich bin noch dabei jetzt. So, jetzt kommen langsam Soldaten von mir, die dir richtig heftig helfen werden. Briten, da wären ganz geil. Ja, und bei dem bin ich gut drin, ne? Verstehst du? Weil ich habe ja ein Reiterfolg. Ja, wobei... Also, ich habe alles, ne? Ja, ja, das ist cool, das ist cool. So, ich muss nochmal Upgrades machen. Scheiße in den Arsch. Nein. Bitte. Nein. Was war das denn? Scheiße. Na, oh shit. Ja, ja, ich... So, ich baue jetzt, Leute. Wenn er hier vorne läuft... Okay. Was wird das? Ja, ja, ja. So, zack. Das sollte jetzt auch gleich ready sein. Äh, so, dann... Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ich werde angegriffen. Okay, äh, ich kann nicht supporten. Ey, die sprinten! Ja, ha! Ich habe leider auch nur Bogenschützen gerade. Alles gut. Nee, ich... Ich clear die. Alles gut. Okay, perfekt. Wir müssen... Wir müssen angreifen. Angriff ist die beste Verteidigung. Das stimmt tatsächlich, ja. Guck mal, ich habe es schon wieder gemacht. Hast du es gesehen? Ja. Okay, alles cool. Jetzt will mir das Spiel erklären, wie ich Felder baue. Ja, ist doch aber auch wichtig. Ah, was macht ihr denn? Yes, sir. No, sir. Entschuldigung. Ich baue jetzt hier ein paar Felder hin. Ich brauche nämlich gerade vor allem Essen. Ich spame gerade richtig Steine, damit ich immer mal in Zweite... Äh, ne? Was macht ihr denn? Scheiße. Nee, den nicht. Ich... Ja, ich... Unbedingt Essen ballern. Mahal... 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 Okay, es... Leider... Also die Defen halt gut zu zweit. Ich komme da nicht gegen beide an. Okay, ich komme. Okay, dann... Spuren wir da ein bisschen zurück. Ich glaube, ich habe... Ich schicke jetzt Leute zu dir da vorne. Du kannst doch links bei ihm angreifen, dann machst du quasi eine Flanke auf. Ich schicke dir jetzt erstmal zu deinem Turm nach da oben, würde ich sagen, oder? Okay, ja, mach das gern. So. So, da wird jetzt übel heftig Holz gepumpt. Und ihr baut jetzt übel heftig Felder. Weil ihr Dorfbewohner seid. Das ist heftig. Ich habe jetzt eigentlich auch... Jetzt machst du es auch. Ja, das stimmt. Das ist aber auch eine stressige Phase hier. Ich meine, wir werden auch nicht... Was baut der da? Dorfzentrum? Nee, das geht nicht. Das musst du sofort unterbinden. Das ist natürlich ärgerlich, dass ich hier jetzt gerade komme. Lustig. Lustig, lustig, tralalalala. Okay, da kommen wieder ein Haufen Soldaten. Was ist denn gut gegen die? Ich weiß es gar nicht. Zack. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, ich ziehe mich lieber zurück, während meine Sperrkämpfer verrecken. Ich brauche... Was brauche ich? Das ist natürlich scheiße. So, wo ist denn hier meine Mühle? Habe ich gar keine Mühle? Anscheinend nicht. Einiges. So, ihr macht jetzt ganz viel Gold, bitte. Und ihr... 800. Okay, wollen wir mal gemeinsam hier angreifen, oben? Äh, gerne. Lass uns mal runter. Runter? Ja, den Berg runter. Ja. Achso, ja. Weil der baut hier sein scheiß Dorfzentrum. Das ist natürlich suboptimal. Für ihn, ja. Äh, er baut es... Doch, er baut es jetzt weiter. Okay. Das ist ja komplett... ...viele Dorfbewohner. So, und da kommen seine scheiß Ritter. Aber lass sie kommen. Nicht so nah ans Dorfzentrum ran. So, sein Kahn stirbt. So, jetzt können wir das abfackeln. Nicht... Du bist in Reichweite des Dorfzentrums. Oh, shit. Ja, hier bin ich nicht mehr in Reichweite. Ja, äh, ja. Jetzt kommen gleich diese scheiß Ritter. Ich sag's dir. Okay, jetzt geht's ab. Oh, er hat... Oh mein Gott. Er hat echt viele. Go, go, go. Das wären wie... Okay. Geht ihr mit den Speckkämpfern eher auf die Ritter, wenn's geht? Und ich versuch, die Fußsoldaten zu clearen. Ja, die werden richtig weggemacht. Ey, die Schwertkämpfer sind so gut. Ja. Okay, Rückzug. Ist gar kein Ding. Sterzig. Lass dich da nicht verunsichern, bitte. Ich bau da jetzt eine Forward Castle hin. Okay? Ja, mach das. Ich bin aber nicht in der Ritterzeit. Ach du Scheiße. Mein ganzer Plan ist so nicht... Ich dachte, das kann man auch in der Feudalzeit wegen, ne? Ja, versteh ich total. So, und das hier ist nicht gut. Hey, doch, ich hatte irgendwo eine Mühle. War gut. Okay. Ähm, der kommt. Scheiße. Oh, wieder ein paar Leute. So, dann... Ich wollte Reiter machen. Ursprünglich. Scheiße. So, Essen sieht glaube ich jetzt ganz gut aus, glaube ich. Nur Holz sowieso. Ja, keine Ahnung, ob das hier gut ist. Das machen wir. Und das. Okay, dann spare ich jetzt mal Nahrung. Ich spare mal Nahrung. Geh in der Ritterzeit. Scheiße. Ich hab dir richtig viel Steine gerade gefahren, weil ich deine Burg als Follower machen wollte. Ja. Ähm... Und dann bist du nicht in der Ritterzeit. Ich bin nicht in der Ritterzeit. Alter, älgerlich. Das ist halt bitter, ne? Ja. Ach du Scheiße. Urge-Like. Sag ich dazu auch gerne. Jetzt verliere ich da natürlich ein bisschen. Äh, ich brauche hier Hilfe von dir, wenn es geht. Jo. Vorne. Ähm, ich werde hier angegriffen. Oh, mein Dorfzentrum wird angegriffen. Okay, dann können wir dich da erstmal drum. Ja, ich schicke dann meine Leute hin. Es hat sich erledigt. Ich kann meine Bogenschützen zu dir schicken, irgendwas? Alles gut. Alles gut. Okay. Okay. Scheiße. Das wäre halt doof, wenn meine Ratshalle, äh, leider... Down geht, ja. So, jetzt, so. Äh, ich brauche jetzt Truppenunterstützung, ja? Jo. Wir müssen jetzt vorpushen und dann baue ich deine Burg. Oder wir machen... Ja, scheiße. Wir brauchen da jetzt wirklich einiges. Okay, können wir Truppen sammeln? Kriegste. Müssen halt echt go machen. Wo sind die Hundis? Oh, die Truppen gehen. Sehr gut, sehr gut. Schön hochpushen und dann baue ich da eine fette Burg. Weißer Turm, genau. Ah, dann brauche ich ja gar keinen Stein. Ich bin ja so ein Opfer. Das ist ja heftig. Ich brauche gar keinen Stein. Also gut, dann mache ich gleich direkt eine zweite Burg, wenn ich ab bin. So, äh... Wo ist denn hier ein Wolf? Hä? Die lassen sich komplett von dem abschlachten. Ich mache mal da oben die Ritter an deiner Burg weg. Oder ich versuche es zumindest. Das wäre gut, ja. Hopps, das Ding wird fertig. Ja, mal gucken, ob das klappt, aber... Ja, ja, ja. Gut wäre es, ja. Ja. Dann sind die Geschichte... Die Ritter sind halt wirklich heftig. Ja. Also erstmal... Aber die Buche sind fertig, ja. Also die Fußsoldaten-Ritter. Ja. Lol, der hat eine Steinmauer gebaut. Was? Was ist das denn für einer? Jetzt habe ich aufgehört, doch verwundert zu bauen. Also, ich brauche Wood. Wood. Wood, wood, wood. Das brauche ich schon wieder. Okay, super. Ich bleibe mal mit meinen Leuten erstmal oben stehen. Ja. Mach es. Äh, okay. Er baut halt wirklich einfach eine Burg. Okay, aber ist ganz gut, weil... Äh, ja. Kriegt aufs Maul. Ja. Alles fein. Na gut, das ist noch ein bisschen übertrieben, aber was soll's, ne? So, da hätte ich gerne ein Upgrade. Dafür brauche ich Holz. Holz ist echt ein Problem gerade. Okay, dann lass mal hier gucken, ob wir links reingehen können. Können wir uns ja immer... Ich muss mal ganz kurz nach unten mein Dorfzentrum da... Da kannst du alle deine Leute mit F reinschicken. Also alle Dorfwohner auswählen. F und dann drin. Okay, ich sammle erst mal... Aber erst mal wieder auf Turm kommen. Ja, dafür brauche ich Holz. Scheiße. Abwehr, das ist ganz gut. Das wäre ja sehr wichtig auch. Warum habe ich denn so wenig Holz auf einmal? Ich brauche unbedingt das Boot-Upgrade. Eieiei. Und dafür brauche ich auch Gold eigentlich. Eigentlich wäre auch eine Belagerungsscheiße gut. Ich brauche gerade alles. Mark wäre auch ganz gut. Du hast die Ritterzeit erreicht, Ehre. Hast du gerade Höf gesagt? Äh, nee, ja, weil irgendwie plötzlich ein Stück von meinem Dorfzentrum eingebrochen ist. Völlig random. Obwohl die schon lange weg waren. Aber... Das war ein Bug! Ha! Entschuldigung. Okay. Sehr gut. So, dann, äh... Ich mach mal einen Markt. Jajaja, gut. Ich mach den mal... Nee, ich mach den in Reichweite. Okay, jetzt schießt dir so einen Kackturm meinen Turm ab, ne? Shit. Okay. Ist es gerade Turmbetal bei dir oder was? Ja, ja, übel. Äh, ich baue mal... Ich baue mal... Hier, die Bärenboys. Die brauche ich nicht. Ich baue mal noch eine Burg, ja? Ja. So, und dann baue ich mal... Also, ein... Ein Drehburg baue ich. Damit ich das da unterbinde. Kannst du deine Truppen zu meinem weißen Turm schicken? Das wäre nett. So, dann brauche ich... Das Upgrade. Was ist in der weiße Turm? Das ist meine Burg. Das ist so ein... Auf dem Hügel. So ein Wahrzeichen. Ja, oben auf dem Hügel, genau. Hä, habe ich hier gar kein Gold? Doch, nee. Hä? Echt kaum Gold. Crazy. Wo ist dein Markt? Hast du schon einen? Ach, nee. Ich habe noch keinen gebaut, nee. Okay. Ich brauche gerade mein... mein eines Wahrzeichen. Dann... Ja, alles gut. Alles gut. Ich will nur, dass hier die zweite Burg gebaut wird. Alter, wie die KI drauf ist. Okay, er sammelt da seine Truppen. Der müsste gleich rauskommen. Am besten tatsächlich auch Lanzenboys. Und die upgrade ich auch. Nee, ich brauche Gold. So, hier habe ich jetzt Gold. Habe ich nur ein Gold vorkommen? Das kann doch nicht sein. Da ist halt nur eins. Dann machen wir das. Okay, dann sind wir zu, dass du... Ähm... Ich werde jetzt richtig heftig einhalten. ...einen Markt auch baust, gerne. Ja. So, und dann muss ich mal... Du bist direkt bei dir drin. Wo ist denn dein Markt? Ich kann ja eigentlich direkt daneben bauen, oder? Nein, nein. Die müssen möglichst weit auseinander, damit die... Damit da mehr... ...mehr rauskommt. Dann baue ich den... Ich kann das für dich markieren. Ja, warte. Äh, ja. Also, keine Ahnung. Bau da unten in der Ecke dein oder so. Ja, habe ich gerade. Super. Äh. Warum? So. So. Der ist unterwegs? Ne, wird noch gebaut. Ja, dann baust du da jetzt ein Gebäude. Mein Gott. Dann gehst du da drauf. So. Ich kann übel viel Langbögen die ganze Zeit bauen. Ich mache es nur nicht. Und ich kann davon auch ein paar bauen. Hier kann ich da auch Langbögen bauen. So. Ähm. Ja, ein bisschen nachlässig sind wir heute, ne? So ist es. So, jetzt ist die Frage. Der Tribok... Die reparieren die... ...kleinen Schlinge. Verstehe. Dann brauchen wir noch einen. Schon mal hartnäckig. Gut. Upgrades. Ja, wir brauchen übel viel Gold. Ich habe genug Holz. Ich brauche... Ja, bei mir ist Holz auch... ...ääh... ...kein Problem. Ich habe unten rechts eine fette Goldmine. Weil wirklich nur Leute existieren, um Gold zu... ...farmen. Mhm. Dann habe ich eine... ...ein Dorf... ...Dorfzentrum mit einem Holz... ...Grind. Und mein Haupt... ...Dings ist nur für Essen da. Oh. Da ist ein Dritter. Kann ich da nicht... Okay, die kommen raus. Nee. Kann ich die nicht abknallen? Mit dem Bogenschützen? Ja, sehr gut. Oder? Kann ich da über die Mauer ballern? Nee. Nee. Fickt mir wirklich viel was. So mäßig. Oh. Mal einen Ausfall ein bisschen. Ja, ist schon geil hier, die Belagerung, ey. Ja, ja. Der steht auch oben auf dem Hügel. Ja. Das ist schon sehr geil. So, dann sag mir gerne mal, wo der im Markt ist. Äh, der ist genau da, wo du markiert hast, ungefähr. Ah, ja. So, dann gibt's jetzt eine weite Karawanenreise, ja. So. Wart mal, mal mit euch. Scheiße. Äh, hab ich irgendwo sonst noch Gold? Ich kann überall nur steinig raste aus. Oh, wir werden Angriffen bei deinem Dorfzentrum? Ja, ja. Ich bin gerade schon auf dem Weg. Gehen Sie sich zurück. Sehr gut. So, gehen wir rein. Okay. Ach, du Scheiße. Okay. Boah, Alter. Dat kracht. Aber dat kracht. Okay, ich zieh mich ein bisschen zurück. So, ich schick mal nach da oben zu dir Kanonen. Kanonen, sehr geil. Die da auch richtig heftig reinballern. Ja. Tribok wird angegriffen. So, das müsste ihnen über sein. Sehr gut. Äh, dann... Ne, das geht jetzt nicht. Munition haben so Kanonen und so ein Shit nicht, ne? Ne, ne. Alles gut. Das ist... Okay, ja. Wollte auch nochmal sicher gehen. Heftig. Ich denke, jetzt die Tribokets, die kommen mir nicht so richtig voran. Ich hab so viel. Scheiß. Okay, jetzt reicht's. Ich bin die ganze Zeit so sloppy unterwegs. Scheiße. Äh... Machen wir hier. So, Kanone schießt aufs Torhaus. Sehr gut. Da kommt auch schon Kanone Nummer zwei. Oh, ist das schön. Okay, kannst du mit allem jetzt einfach reinrücken? Äh, ja. Sekunde. Richtig rein. Weil wir sehen da keine guten Targets für uns. Ach so, die Läme. Oh, da kommen meine Ritter. Oh, das Upgrade hatte ich immer noch nicht. So, machen wir erst die Mongolen. Erst die Mongolen, jo. Schön, Alter. Du hast ja Richtritter. Ja, das... Die sind doch, äh... Die krassesten... Upgradeten quasi. Okay, ich brauch hier ein bisschen Support. Ist kein Mord. Alter, wie meine Kanonen einfach die... Die ganze Scheiße zu machen. Weißt du, wie ich meine? Ja, die ganze Scheiße, Digga. Rein. Hast du irgendwas, das heilt? Nee, ne? Äh, Truppen? Nee. Aber... Nee, jetzt muss ich noch erforschen. Das wär immer ganz gut. So. Och, shit! Hier. Da ist ein Katapult. Oh, dann... Gucken wir mal, dass wir hier noch mehr den Feind zermürben, ne? Gerne, gerne. Boah, die Kanonen sind halt wirklich einfach geil. Okay. Das sind einfach zwei Kanonen. Die machen wirklich alles weg. Jetzt hab ich drei Kanonen. Was hast du für ein Volk gerade? Franzosen. Alter, Junge, die knallen aber auch gut rein, ey. Ja, die Kanonen sind halt wirklich einfach OP. Zack. Baut doch schneller. Zack. Hier, die haben drei Reliquien. Das mach ich jetzt auch mal weg. Ja, viel zu viele, ey. Tschüss. Das ganze Gebäude existiert einfach nicht mehr. So, der ist down. Ne Uni wär auch ganz gut, Mann. Haben wir noch gar nicht. Erster Feind ist down. Das ist halt auch ein bisschen wack, ne? Machen wir mal so. Ja, hab ich jetzt auch wenig drauf geachtet. Naja. Ist alles noch ein bisschen ausbaufähig, ne? Ist ja auch ein neues Game. Ah, Junge, wie viele Truppen du hast. Ehre. Ja. Und alles fette Ritter. Ja, ja. Das ist gut. Gut, 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 gut. Aber. Alter, ich one-shotte einfach jedes Gebäude mit diesen drei Dreckskanonen. Das ist doch geil. Ja, die kosten halt auch irgendwie 400 Gold jeweils. Ja, ja, das ist übel. Aber sie tun halt wirklich ihre Arbeit. Ich hab kaum noch Bäume. Naja, müssen die wissen. Schuss. So, nächste Zeit. Ehre in den Arsch. Schuss. Das kostet... Ach, schön rein. Das kostet zu viel Gold. Okay. So, war es das hier mit ihm? Ah, ne. Da ist noch ein Wahrzeichen. Schön. Ja, räumen wir hier schön auf. Alle. Ja, also ich muss auch sagen... Ich muss auch sagen... Du hast einen schon gekillt? Ja, ja. Einer ist schon down. Ja, aber eben gerade erst. Hä? Die rennen mit den Reliquien entlang. Ja, stimmt, Leute. Die joggen da richtig rein. Ja, geil. Ja, okay. Ja, also während ich da... Links ist noch das letzte. Ja, da ist es. Eigentlich alles ganz gut gelaufen. Ich meine, während ich da richtig am strugglen war, bei dieser Hügelkante, Hügelkuppe, konntest du schön deine Eko aufbauen und dann Ritter pumpen und machst. Und die Kanonen halten. Ja. Das war heftig. Ja, als nächstes sehr schwer. Ja. Oder zumindest erst mal einen sehr schweren und einschweren. Vielleicht den Step. Nö, ich finde, wir können auch ruhig mal auf die Fresse kriegen. Also... Ja, wenn wir auf die Fresse kriegen, kriegen wir auf die Fresse. Stimmt eigentlich. Ja, eben. Muss ja auch, ne? Wie können wir in die Statistiken gehen? So. Ja, du hast richtig rasiert, Alter. Geil. Ja, true. Besser als gestern zumindest. Ey, wir haben ja gestern schon gespielt. Da habe ich richtig reingeschissen. Vorerst. Ist gut, aber langsam wirst du warm. So nice. Ja. Ich habe aber auch, also das mit dem Bergfrieden, das war richtig wack. Ich hätte viel eher in mehrere Zeiten gehen können. Ich hätte viel eher mehr Militärgebäude bauen können für mehr Produktion. Aber naja. Okay. Ja, Leute. Das war eine Runde. H-Panper ist vier. Schaut gern bei Sterzig vorbei. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüssi. Ciao. Tschüssi.